hallo willkommen eine meiner lieblings garnituren für leute die richtig gut sitzen wollen willi schillig 33600 ein modell bestehender aus zwei sofas in einem ganz tollen natürlichen leder in einer warmen natürlichen farbe in diesem grün und vor allem das größere sofa hat integriert einen in kleiner was ist das ein kleiner ist ein vollgelecks beschlag der nach hinten keinen platz braucht er schickt immer nach vorne mit höchster bequemlichkeit und sie haben diesen beschlag an beiden sitzen im großen sofa und können so natürlich richtig gut zu zweit auch lümmel ich kann mir hier jetzt auch noch das kopfteil vorholen für eine ein optimum an bequemlichkeit der zweisitzer hat dies nicht würde auch ja nicht gehen wenn es über die eck geht hat aber auch die kopfteilverstellung einen super günstigen preis haben wir hier weil dieses stück ist ein schnäppchen und zwar ein messestück dies wurde so ausgestellt auf der messe gezeigt in dieser neuen modernen farbe und ja wenn sie einen hochlehner suchen mit integriertem in kleiner dann ist 33600 für sie das richtige schnappen sie zu so ihr Lutz Reinhardt und tschüss